Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outboard. Mit der Hildegard. Ja, mit Hildi. Mit Hildi Schildi. Hildi Schildi? Ja, du bist doch der Tank, also Schildi Hildi. Ach so. Ja, mir ist warm. Dir ist warm, okay. Das liegt am Lagerfeier wahrscheinlich. Ja. So, wir wollten auf jeden Fall ganz kurz berichten. Wir haben nach der letzten Folge noch ganz kurz die Stadt ein bisschen unsicher gemacht und haben noch eine Quest bekommen. Eigentlich so eine Art Kopfgeld oder Nebenjob, wie auch immer. Wo wir einen goldenen Pilz quasi sammeln dürfen. Ein Pilzschild. Und dafür kriegen wir 70 Silber, wenn es gut läuft. Ist in einer sogenannten Troklodytenhöhle. Das haben wir auf jeden Fall noch geholt. Und was wir auch noch geholt haben, was jetzt aber nicht so mega spannend war, ist bei dem Fischhändler hier. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Und da haben wir noch ein Rezept uns ergattert für, was war denn das eigentlich? Ah, für Meeresfrikassee. Nein, für Cierzo-Cevice. Und als Belohnung haben wir Meeresfrikassee bekommen. Entschuldigung. Das halte ich für ein Gerücht. Absolut für ein Gerücht. Nein, so war das. So war das. Hast du schon am Lagerfeuer geguckt, ob du nicht das Meeresfrikassee machen kannst? Warte, ich schau mal. Ich bin nämlich in unserem Haus. Ich habe nur gesehen, dass ich sofort wusste, wie man die Cevice oder wie auch immer man das ausspricht, macht. Cierzo-Cevice. Nee, ich kann kein Meeresfrikassee. Ähm, ich auch nicht. Nee. Kann ich nicht. Wobei, ich sehe aber auch nicht, was ich kann. Am Lagerfeuer kann man das scheinbar nicht auswählen. Gut, macht aber nichts. Also, heute würden wir gerne, glaube ich, mal die Welt ein bisschen unsicher machen, oder? Oh ja, es wird Zeit. Ich habe noch drei Verbände gekauft und besitze sage und schreibe 71 Silber. Was ist ja übel. Willst du mich heiraten? Ähm, jetzt gleich. Ja, du bist reich. Ähm, okay. Gut, wo heiratet man hier? Ähm, ich weiß nicht, hier beim Krämer vielleicht. Suchst du nach was Bestimmten? Vielleicht macht er sowas nebenbei. Ich gucke noch mal kurz beim Krämer rein, weil, wie gesagt, ähm, vielleicht auch für die Zuschauer. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon ganz kurz erwähnt gehabt. Aber, ähm, es gibt auf jeden Fall, oh, jetzt hat er es natürlich nicht, ein Alchemie-Set, was man kaufen kann. Das kann man in jeder Stadt auf dem Lagerfeuer stellen und natürlich entsprechend Heiltränke und ETC machen. Damit kann man einen Haufen Silber verdienen. Das werden wir im Laufe des Spiels noch machen, oder? Denke ich. Auf jeden Fall. Ich habe Bock auf den Haufen Silber. Ich sage es mal so, lange Rede, gar kein Sinn. Ich warte mal am Tor auf dich, oder? Ähm, hast du schon alles abgelegt und bist bereit und so? Ja, ich habe noch ein Brot in der Tasche. 13 Garbären, zwei Marmeladestulle, drei Fisch, Jerky. Ja, du weißt, du hast viel zu viele in der Tasche. In der Troglodytenhöhle gibt es einen Haufen Loot, oder? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Aber, ja gut, aber die Garbären, die vergammeln mir ja sonst, oder? Der vergammelt alles, glaube ich, solange du es in der Tasche rumträgst. In der Kiste. Auch, oder? Echt? Ich weiß es nicht mehr, wir müssen schauen. Okay, dann lege ich es trotzdem mal ab, du hast recht. Weil ich habe acht schon von 25 voll. Wäre ja blöd, wenn ich irgendwas liegen lassen müsste. Habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, ich habe übrigens mit meiner Zweihand-Axt, bevor ich in dein Spiel gejoint bin, mit dem Mann am Tor gesprochen. Weil ich ja diesen Schienbeinbrecher, oder was du da gelernt hast, nicht mehr lernen konnte, wenn wir zusammen gespielt haben. Und ich habe mit der Zweihändigen-Axt Exekution gelernt. Oha. Hoher Schaden und Wuchtschlag, der das Doppelte seines Schadens gegen umgestoßene Gegner anrichtet. Das klingt ziemlich gut. Ich habe mir auch gerade überlegt, ich werde mal die Laterne rauswerfen, weil die Laterne verbraucht Öl, richtig? Ja. Die verbraucht Öl. Ja. Und du kannst sie werfen. Ja. Das war jetzt nicht meine Absicht eigentlich. Ähm, nee, ich will ein bisschen Öl sparen, weil vielleicht brauchen wir die nochmal irgendwann. Und wir haben ja noch die eine oder andere Fackel, die wir verbraten können. Kann man die eigentlich auch herstellen? Ich glaube, oder? Ja, ich glaube, das können wir sogar schon. Ich bin so unwissend, dass da waren... Man macht die Fackel aus Holz und Leinentuch. Oha. Okay. Leinentuch. Hm. Auch nicht so einfach. Oh, was wir auch machen können, ich nehme auf jeden Fall, ich erinnere mich, was immer gut ist, ist Holz in der Tasche, gell? Ja. Wobei, ich weiß nicht. Wir haben doch ab und an mal Lagerfeier gemacht, oder? In den Höhlen, glaube ich. Ja, ich weiß nur nicht mehr, warum. Damit wir uns nicht verlaufen. Oder die anderen sind da reingelaufen. Ich weiß das auch nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach mal so die Standard-Axt, glaube ich. Ich hoffe, dass ich damit zurende komme. Naja, wird schon. Wir schaffen es wahrscheinlich eh nicht bis zur Höhle, weil wir schon Räubern in die Quere laufen. Meins ja. Ja gut, das ist ja Pech für die Räuber dann, ne? Weil ich habe einen Tank dabei. Und ich als Zauberer, der noch keine Zauber kann, bin eine große Hilfe. Ja, aber Hildegard ist im Moment noch ziemlich roh. Ich muss noch eine Weile garen, bis aus mir ein Diamant wird. Also noch solltest du auch was dazu beitragen, dass wir nicht sterben. Schade. Was kostest du am Tag? Ich. Am Sold. 30 Garbären. Kannst du dir gerade die Gammlinge aus der Kiste nehmen? Bitte? Ja, Entschuldigung. Oder hier, hier am Busch sind noch ein paar Frische. Also jetzt nicht mehr, aber... Ich gucke jetzt erstmal nochmal kurz auf die Map. Ich gucke mal hier in die Kiste. Linksrum müssen wir, weil ich finde... Ich finde es cool, aber manchmal war es ja... Ich kann mich erinnern, ganz schön tricky, dass man sich ja auf der Map nicht selber sieht, sondern dass man sich halt merken muss, wo man da lang gelaufen ist. Du hast völlig recht, wo sind wir eigentlich gerade? Links oben. Ah, da ist Cicero. Cicero, die Stadt, die es nicht gibt, die ist auch nicht auf der Karte zu sehen. Ne. Doch, doch, links oben. Achso, ja. Ne, ne. Okay. Ja, gehen wir weiter. Ja. 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 Hammer. Mit dem Knallkrebs habe ich übrigens noch eine Rechnung offen. Ja, die können wir noch begleichen. Aber jetzt gehen wir erstmal ein paar Trochlodyten platt machen. Na, ich war schneller. Haha. Ich glaube es nicht. Ich habe übrigens Pfeile gefunden. Und Stolperpfeilen. Fünf Stück. Ach, in der Kiste. 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 Ach, das leuchtet, ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, damit du auch nachts den Weg findest. So, gehen wir in die Blasenhauthöhle. Es klingt zwar saueklig, aber okay. Ah, da stand gerade. Drück nochmal drauf. Ähm, ich warte schon auf andere. Achso. Weil da stand gerade, ähm, Hildegard will in die Blasenhauthöhle. Mhm. Sie will es. Scheinbar. Na, dann soll sie es kriegen, oder? Oh, ich erinnere mich, das war ziemlich, ziemlich fies am Anfang. Ja. Aber gut. Gejammert wird zum späteren Zeitpunkt. Also, wenn wir gestorben sind halt. Yes, we can. Ähm, so, warte mal kurz. Jetzt kommt nämlich der Trick aller Tricks. Mhm. Ich warte. Ja, nicht so hektisch, junge Dame. Nicht so hektisch hier, bitte. Ah. Ah, es werde Licht. Hast du deine Laterne jetzt an den, an die Tasche gehängt? Das konnte man doch. Hm. Ja. Das konnte man. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, warte mal. Kann man das nicht im... Kann man das nicht? Kann man das nicht? Achso, ich habe keine Laterne dabei. Ich weiß nicht. Hm. Anlegen. Ich muss mal kurz gucken. Das war Waffe rausziehen. Und das ist Rucksack abwerfen. Okay. Ich muss noch mal kurz ein bisschen... Ich glaube, ich lasse meinen Rucksack auch hier vorne im Eingang liegen, oder? Weil, musst du ja jetzt eigentlich nicht mitschleppen, oder? Dann kannst du aber nicht viel tragen halt, ne? Ach, du machst mich verrückter. Na gut. Gut, dann machen wir es so. Gut. Okay. Ja. Also ich kriege das nicht mehr hin mit der... Wie man die Laterne an den Rucksack... Hast du jetzt die Leiche ausgeraubt? Nö. Ah, ich habe, glaube ich, nochmal Holz. Können wir noch ein... Ich mache mal ein Lagerfeier auf Halde. Warte mal, wo wir wieder reingehen. Bauschnitt. Ähm, da ist irgendwas. Ja, ein Trocolodyt. Oh, der hat aber reingehauen, dieser... Dieser Schnitter-Dingsbums. Oh, der hat Pilze in der Tasche. Ich wollte auch hier gerade das Lagerfeier machen, der Penner. Der möchte aber nicht, dass du in seiner Höhle Lagerfeier machst. Ah, stimmt. Aber ich möchte das. Aber das ist eine gute Sache. Ich wusste, das war eine gute Sache. Der hat nichts mehr her, ne? Hast du seine Waffe eingesammelt? Da wahrscheinlich. Nö. Hä? Hab ich die eingesammelt? Ja. Wahrscheinlich. Oh, eigentlich könnte ich die benutzen, oder? Oh ja, die ist super. Die hat ja richtig Reichweite. Ähm, jeder hat nichts mehr, oder? Ich wollte erst mal gucken, wo du bist. Warum ist denn das hier eigentlich... Oh, hier ein Schundhaufen. Ach, den hast du auch schon leer geworden, Samar? Nein. Wir sollten hier eigentlich auch noch ein Lagerfeier setzen. Hast du Holz dabei? Ähm, warte. Oh, da ist einer, ne? Warte, büt. Ja, ja. Hm, Pilze. Okay. Pilze und die Waffe. Du hast kein Holz? Doch, ich hab Holz dabei. Ah ja. So, ich... Wo soll ich denn das machen? Hier? Hier immer in den dunklen Flecken, weil manchmal... Das haben die ja mit Absicht gemacht. Dann liegen hier irgendwelche Sachen... Oder kommt der nächste? Ähm, wo denn? Von... Von... Norden? Ich seh ihn, ja. Der... Also, ich hatte das irgendwie krasser in Erinnerung hier, aber gut. Ja, ich irgendwie auch. Nimmst du seine Waffe noch? Ach so. Ich nehm aber doch die Axt, die ist irgendwie cooler im Nahkampf, glaub ich. Ja, so bei den dunklen Flecken haben wir doch immer Lagerfeier gesetzt. Ja, okay, dann setze ich hier eins, ja? Wo ist hier? Da, wo ich stehe. Da, wo du gerade vorbeigelaufen bist. Ach so, ich seh dich... Ach da, im Dunkeln. Ja, du bist, du bist ja richtig versteckt da. Hast du keinen zum Anmachen, oder was? Also, ich kann's... Ich seh's nicht mal. Ach so. Warte mal. Ja. Hast gerade verpeilt, sorry. Alles gut, alles gut. Lager. Da. Ah, sehr schön. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas liegen. Weil ich erinnere mich auch, dass diese Öldinger, wo man Öl schöpfen kann, dass man die auch gerne übersieht. Stimmt, ja. Das waren immer so kleine Becken, ne? Machen wir mal hier gucken, was man hier alles so einsammeln kann, oder auch nicht? Ah, das Spiel ist einfach hübsch, gell? Ja, ich... Also, ich mag auch die Musik unheimlich gern. Oh, hast du eine Spitzhacke dabei, ne? Ähm, doch. Oh, sehr gut, dann kannst du's nämlich abbauen. Und ich sammle derweil den Blutpilz. Sauberes Wasser. Ja, nehm ich auch. Und da trinke ich auch mal einen Schluck, oder? Ah, ja. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle was? Ach, ach ne, jetzt hab ich die Laterne abge... Wie macht man die nochmal an die Tasche? Also, das nervt mich grad. Ähm, ich weiß es nicht genau. Oh, hier ist irgendwo so ein Tier. Ich weiß nicht genau, ob das... Das sieht ja abgefahren aus. Ach, stimmt. Ob das eine Statue sein soll, oder? Ja, wobei, da sitzt es auch so einer, ne? Hier so. Guck mal. Oh, hier hängen auch welche. Echt? Wo? Oh, was ist denn denen passiert? Die hängen da so ab, hä? Die chillen. Hangin' round. Okay. Ja, und das mit der Laterne werde ich schon noch rauskriegen. Ab in die Dunkelheit! Ja! Trocklodyten-Schwein! Kämpfst du schon? Ja. Ah, okay. Ich hab noch mal die Fackel rausgeholt. Nicht lang fackeln. Ja, ich wollt wenigstens mal sehen, was hier so... Oh, ein Kampfstab. Ähm... Blutpilz, Eisenschrott, Leinentuch und Tierhaut. Alles im Schundhaufen. Boah. Voll das Fest hier. Der Hammer. Nee, der Hammer war nicht dabei. Echt? Was isst du da? Ich hab dich beherrasset, siehe. Die sehen aber auch übel aus, diese Trocklodyten, gell? Ich find, die sehen ein wenig nackig aus. Ja, aber ihre Augen sind so... Sind echt krass. Ah. Was ist mit der Waffe da? Oh, ich bin schon überlastet. Ja. Die Sachen... Die spawnen nicht, ne? Man kann dich später holen, glaub ich, wenn ich das noch richtig weiß. Kommt drauf an. Also ich glaub, so lange darf es nicht dauern. Aber grundsätzlich... Liegt's ne Weile. Aber ich mein, wir müssen jetzt auch nicht jeden einzelnen Dreizack einsammeln. Was? Was? Ja, du hast richtig gehört. Warum nicht? Ich will doch König werden. Und ich will was bauen später. Dafür brauchen wir bestimmt Geld. Ja, aber wer König werden will, sollte Prioritäten setzen und nicht jeden Scheiß aufsammeln. Das ist ja jetzt ne... Das ist ja jetzt ne... Frechheit. Jeden Scheiß. Duschvolles wäre ich ja voller Gammelacher. Da kommt schon so ein Troklo-Düten-Dreizack. Ja, der bringt bestimmt 5 Silber. Mhm. Oh, Achtung. Mindestens. Wer hat reingehauen, hm? Ja. Ich finde das Schöne ist, wenn man zu zweit spielt... Schlägt man wie so irre durch die Gegend, oder? Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen leichter. Du kannst dann einfach stehen, mehr oder minder stehen bleiben. Oh, Achtung. Und draufhauen. Oh, da kommt der nächste. Und alleine musst du, glaube ich, mehr aufpassen. Hat dem recht viel Öl in der Tasche, gell? Öl hatte ich jetzt von denen noch gar nicht bekommen. Ich habe immer nur Pilze, Blutpilze. Ah, ich habe jetzt ein paar Mal schon Öl in der Tasche gehabt. Okay. Oh Gott. Wir hätten mehr Holz mitnehmen sollen. Oh, da habe ich Silber und ein Rezept gefunden. Oh, das ist gut. Handwerk, Fangachs. Leert, wie man ohne Werkbank Ausrüstungsgegenstände herstellt. Ah, ja. Cool. Ja, habe ich mal gelernt, ne? Der Abenteurer, den hat es wohl dahin gerafft, ne? Der war ja auch arg leichtsinnig. Wieso laufe ich eigentlich ohne meinen Hut rum? Ich habe jetzt mal meinen Hut aufgezogen. Jetzt haben die Troplodyten Angst vor mir. Ach, Gott sei Dank, hast du den Hut auf, ey. Ich wollte nicht sagen. Ich wollte wirklich nicht sagen, aber diese blauen Haare, die machen nicht. Also, kurz habe ich überlegt, mit der Axt kann man auch Horsch... Oh, da ist einer. Ja. Oh, sie gehen aber immer auf dich, ne? Warum eigentlich? Wieso eigentlich immer? Der hat mich wahrscheinlich zuerst gesehen, ne? Oh, der hat jetzt hier so einen Sternpilz gehabt. Oh, da ist einer. Ich glaube, der zaubert. Ja. Das ist nur die Frage, wohin, ne? Ah, er hat sich einen Buff verpasst. Ja, bringt ihm nur nix. Oh, zum Glück gibt es hier kein Friendly Fire, ey. Mann, stimmt. Wir hätten uns schon gegenseitig zerhackt, ey. So, ich bin hart überladen, aber egal. Das nehme ich trotzdem noch. Was ist denn das eigentlich gewesen? Ein Troplodytenstab. Oh, der ist aber cool. Den wähle ich. Oh, ich bin übergewichtig. Du bist nicht übergewichtig. Das ist nicht wahr. Also, warte mal. Ich werfe mal den Scheiß hier ab. Einen kann ich ab. Aber ich müsste eigentlich zwei abwerfen. Lieber so ein... Ach, ich behalte lieber so ein Dreizack, oder? Und ich schmeiße dafür, wenn er so einen blöden Stab absahnt. Machen wir mal ja das Lichtlein aus. Ja, wir müssen ja auch noch das Pilzschild tragen hier. Tada! Oh, warte, warte, warte. Oh, ist das Shay? Ist das nicht Shay? Da liegt noch Steak. Oh, stimmt. Wie war das? Du hast noch ein Lagerfeier am Sack, oder? So, jetzt lasst uns einmal hier rumlaufen. Was ist das hier? Wasser. Oh, ich trinke mal noch einen Schluck. Ich muss auch... Ich glaube, er hat auch daraus getrunken. Okay, zu spät. Schade. Oh, ich bin 27,5 überladen. Denkst du dran, dass du das auf Beutel und Rucksack verteilen kannst, ein bisschen? Ich denke an nichts anderes. In Tasche verschieben. Wie viel kann denn die Tasche? Zehn. Wie viel wiegt denn der Pilz? Drei. Das wäre zu schwer. Das könnte ich da noch hin verschieben. Oh, das auch. Das verschieben wir auch mal. Oh, jetzt habe ich aus Versehen einen Eichladen benutzt. Oh, aber ich glaube, die Animation sieht anders aus. Oh, die gefällt mir gut. Guck mal. Provision. Oh, stimmt. Die ist cool geworden. Was hast du da, ein Schwert? Ja. Also, wir beide... Kannst du mal kurz... Also, ich glaube, wir beide müssen uns mal unterhalten, ganz kurz. Okay. Wieso... Wieso genau hast du jetzt ein Schwert? So ein großes... Das habe ich gefunden. Wo genau? So ziemlich am Anfang von der Höhle. Okay. Hast du was für Zauberer gefunden? Nein. Bist du sicher? Ja. Muss ich dir erst aus den Rippen schneiden? Nein. Kannst du auch außerdem gar nicht. Nee, stimmt. Aber ich kann ja mal Drohgebärden aussprechen, oder? Ja, das kannst du. Aber stimmt, die Animation ist ganz cool. Du machst schon voll so Schneeflöckchen, so. Sieht cool aus. Nice. Ja, und das Schöne ist, es leuchtet auch ein bisschen. Also, es ist eine kleine Lichtquelle, ne? Also, wenn man mal wirklich... Geht mir noch eins höher? Was man hat? Es geht noch eins höher, ne? Ja. Mal Platz hier gucken. Gibt es da noch irgendwas? Ja. Gut, dass ich eine Fackel habe. Oh, Eisenader. Hier, Eisen kann ich mitnehmen. Yes, sir. Das wäre sehr geil. Ja, lauf schon mal weiter. Ich komme gleich. Ja, ich wollte doch nur hier ums Eck gucken. Ich warte schon auf mich. Alles gut? Meinst du, ich... Ich bin ja nicht der Tank. Ich bin der, der alles von hinten kommentiert, weißt du? Ach so. Was ist hier eigentlich? Oh, da sind bestimmte Sachen für Zauberer. Ich kann es aber eh nichts mehr tragen. Und wie? Und wie? Eine abgenutzte Gysame. Ein gewöhnlicher Pilz, Eisenschrott und Geld. Was ist Gysame? So ein... Tja. Wie beschreibe ich das jetzt? Ich habe nämlich nur eine blöde Axt, ne? Warte mal, ich zeige es dir mal. Beziehungsweise, ich gebe sie... Die macht 16 Schaden. Was macht denn deine Axt? Meine Axt macht satte 13. Hat aber dafür 1,1 Angriffsgeschwindigkeit. Die hier hat 1, also nimmst du die mal bitte. Oh, okay. Warte mal eben ganz kurz. Ich glaube, ich muss mal einen Verband benutzen. Oh, ich habe einen Kieskäfer gefunden. Oh, das ist gut. Also kann ich jetzt das Ding ja nicht ausmachen. Ah, jetzt. Ja gut, 1,1 ist ja schneller, ne? Übrigens, je höher die Zahl dann auch, ne? Ja, ja, okay. Aber egal, ich nehme das Ding mal. Sieht gut aus. Oh nein. Was denn? Ich habe das Bergmannsomelett wieder ausgespeit. Das gute Omelett. Mhm. Gut, das lag hier wahrscheinlich auch schon ein Jahr oder so. Vermute ich mal. Das Dumme daran ist natürlich, wenn man eine Zweihandwaffe hat, kann man die Fackeln nicht in die Hand nehmen, ne? Ja. Oh, das ist natürlich nachteilig. Ich würde immer noch gerne wissen, wie ich die... Dass ich das nicht mehr hinkriege. Hat das mit dem Dranhänger an den Rucksack? Ja. Ich glaube, das kann der Rucksack aber noch nicht. Liegt das am Rucksack, ja? Ich weiß nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Warum zeigt er bei mir eigentlich laufend an, ich soll einen Verband benutzen? Verstehe ich nicht. Kann man eigentlich irgendwo sehen, was man gerade hat? Irgendes Problem? Ich meine... Ja, bei Effekte. Also... Da steht das? ... und dann das Vierte von links. Ja, da steht nichts. Und ich habe trotzdem das Symbol für den Verband. Komisch. Komisch. Naja, wenn ich sterbe, werde ich es merken. Ich habe nämlich schon... Einen Verband habe ich schon benutzt, aber das hat nur kurz den... Wo bist du? Ich stand da noch. Ah, da bist du. Okay. Immer den Mann mit der Olympia-Fackel immer hinterher. Ja. Okay, da waren wir schon. Also ich muss sagen, heute habe ich einen relativ guten Orientierungssinn. Ich bin ganz erstaunt über mich selber. Ja, stimmt. Ich auch. War hier oben nicht auch noch ein Zauberer? Oder sind wir von da gekommen? Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ja. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir noch nicht überall in der Höhle waren, weil ich habe die deutlich größer in Erinnerung. Ich meine, da sind noch diese verschlossenen Türen, die man noch irgendwann... Oh, warte, ich sammle noch Öl. Mhm. Gerne. Die man noch irgendwann irgendwie aufmachen kann. Aber ich glaube, das ging ja eh nicht sofort. Lagerfeuer kann man nicht wieder abbauen, ne? Nee, kann man nicht. Ich dachte... Ich dachte ja irgendwie, man könnte die noch wieder einsammeln. Aber... Der ist leer. Ja, da kamen wir her, auf jeden Fall. Waren wir... Warum ist das Lagerfeuer aus? Ich werde das Lagerfeuer ausbauen. Ja, von da sind wir gekommen. Okay. Ja. Hier waren wir aber auch schon, oder? Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht hier... Kannst du hier... Ich bin noch nicht weitergegangen. Was? Ich dachte, man könnte hier Mana-Stein sammeln, aber kann man nicht. Ja. Ah, hier. Hier war doch dieses... Ah, genau. Stimmt. Wir brauchen einen winzigen Aquamarinen, um hier die Tür zu öffnen, glaube ich, oder? War das nicht so? Ja. Gut. Ich kann mich an was erinnern. Aber hier geht es, glaube ich, auch noch weiter, oder? Oh je. Wir müssen mehr Holz mit in die Höhle nehmen. Eindeutig. Ach, es klappt doch auch so. Ah, okay. Ja, toter Zauberer. Oh. Ja, hier waren wir auch schon. Was ist mit dem da passiert? Den hast du umgelegt vorhin? Ah, nee. Doch, nee. Den habe ich nicht umgelegt. Also, das wüsste ich. Ich kann mir zumindest mal merken, wen ich umgenietet habe. Der war nicht dabei. Da bin ich mir sicher. Ah ja, gut. Dann sind wir doch einmal durch, ne? Dann kommen wir wahrscheinlich erst weiter. Mit dem Aquamarinen. Ähm, genau. Müssen wir uns mal merken. Sollte sich vielleicht einer von uns beiden mal notieren. Oh, der ärmste sitzt hier aber auch schon ein bisschen länger, hm? Ah, den Raum hier gibt es noch. Stimmt. Ach, mit dem krassen Ding, was da liegt. Und der... Ja, stimmt. Mit dem Riesenherzgranat. Ach, stimmt. Das ist ja ein Riese. Ja, ich kann mich erinnern. Oh, die waren unangenehm. Äh. Ist das eigentlich ein Kochtopf, in dem er sitzt? Ich würde sagen. Da ist noch eine Eisenader neben dem Ding. Mhm. Ganz schön große Füße hat er. Kann man sich da eigentlich ein Stück abschneiden? Hm, probier's mal. Mach das mal, ohne dass jemand was sieht. Hm, 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 hm. Nee. Ist leider nicht möglich. Schade. Okay. Ja, stimmt. Die sind krass. Oh, hier gibt's noch Pilzen. Kannst du die noch sammeln? Klar. Du auch. Auch wenn du überladen bist, kannst du das sammeln. Ja, ich kann schon nicht mehr rennen. Wenn ich meine... Oh. Eine sehr hübsche Trocknodytenstatue. Auch schön. Ja, was gab's jetzt da aus dem Fleischwerk? Ja, es gab das Riesengranatherz. Ah, okay, okay. Aber sonst gibt's ja nix, ne? Nee. 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 Schade. Wo bist du denn du hin? Ähm, falsch rumgelaufen. Ja, gut, ich glaube, es gibt hier keinen Fall schon richtig, weil irgendwie führt ja alles im Kreis, glaube ich, ne? Dass sie richtig sehen. Ach, ich blick's nicht. Hä? Aber durch sie... Halt, 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 bleib stehen. Ich hab dich gesehen. Gut, dass du verkehrst. Okay. So, wo ging's hier raus? Ich glaub, hier hoch müssen wir. Schön auch, dass es hier keine Map gibt, ne? Ja. Also, wenn man nur mal für die Zuschauer auf die Map klickt, dann gibt's das. Blasenhauthöhle. Schön, oder? Find ich auch gut. Nein, aber das ist ja... Ich mein mal ganz ehrlich. Wenn du dich in der Welt nicht auskennst, du hast ja nicht immer eine Landkarte in der Tasche, gell? Na ja, also jemand, der gut vorbereitet ist, eigentlich schon, aber... Ja, aber wenn du hier nie warst, woher willst du dann die Gnade haben? Dann muss ja schon irgendjemand mal hier gewesen sein. Und es sieht so aus, alle, die hier waren, sind zumindest nicht zurückgekehrt. Warum sieht die Lagerfeuer eigentlich alle aus? Du hast zu wenig Holz reingemacht. Man muss kein Holz reinmachen. Das brennt durch, glaube ich. Also, scheinbar nicht. Gut. Oh, ich seh schon, wir sind schon bei 34 Minuten. Wow. Oh. Dann könnten wir uns ja eigentlich schon mal verabschieden, weil der Rückweg nach Ciasso wird wahrscheinlich nicht so spannend, oder? Das denke ich auch. Dann machen wir... Oh, es ist Tag. Boah, krass, oder? Kommst nachts her, rennst ein bisschen in der Hülle rum, zack, Tag. Gut, ja, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, rennen wir schnell nach Cicero zurück, die Stadt, die es nicht gibt. Und bevor wir die Quests abgeben, holen wir euch einfach wieder dazu. Oder? So machen wir das. Bis bald. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, bis die Tage. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.